Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video, wie ihr sicherlich schon an dem Titel gesehen habt, beschäftigen wir uns mit Rückgaben auf dem Marktplatz Amazon. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese verwalten könnt, wie ihr automatisierte Rückgaben einstellen könnt, und ich möchte euch einen Hack verraten, wie ihr kostenintensive Rückgabekosten durch Kunden vermeiden könnt. Viel Spaß bei diesem Video und ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, ihr kennt das ewige Thema mit den Rücksendungen durch Käufer, die ihre Meinung ändern oder gegebenenfalls die Produkte einfach mal testen wollen und wieder zurückschicken wollen. Das ist für uns Händler natürlich ein ewiges Thema und nervt auch, ganz ehrlich gesagt. Und natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Und im heutigen Video möchte ich, wie schon gesagt, euch zeigen, wie ihr diese Kosten zumindest minimieren könnt, um hier nicht jedes Mal Rücksendekosten als Verkäufer zu tragen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, abonnier gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Video und dieser Content gefällt, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. So, beginnen wir mal einfach. Ihr seht, ich befinde mich hier in meinem Amazon Seller Central und ihr seht diese Übersicht so. In etwa wird sie auch bei euch angezeigt. Falls ihr ein Video dazu sehen wollt, wie ihr euch das ganz genauso einrichten könnt, mit den ganzen Reitern und Menüoptionen, dann könnt ihr das gerne tun. Oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das gerne. Heute möchten wir uns um die Rücksendungen kümmern und dazu habt ihr hier den Reiter oben Rücksendung verwalten. Zumindest habe ich mir den Reiter da oben reingesetzt, weil das sind meine wichtigsten Menüpunkte, die ich nutze als Reseller und Seller auf Amazon. Wenn wir aber diesen Reiter da oben nicht haben, dann können wir das ganz einfach hier auf Bestellungen und Rücksendungen verwalten uns auswählen. Und hier seht ihr das Ganze schon. Hier könnt ihr euch damit das Ganze auch direkt an die Hauptmenüleiste anheften. Wir klicken einmal auf Rücksendungen verwalten. So, dann wird euch die Übersicht zu Rücksendungen verwalten eingeblendet und hier seht ihr direkt unten schon mal angekündigte Rückgaben von Käufern, die etwas zurückgeben möchten. Fangen wir mal ganz oben an. Wir haben hier weitere Informationen, da könnt ihr euch nochmal informieren über Rückgaben allgemein. Wir haben Rücksendungseinstellungen und wir haben Berichte einsehen. Das, was uns heute interessiert, ist auch die Rücksendungseinstellungen. Das schauen wir uns gleich einmal an. Davor möchte ich einmal euch noch die anderen Reiter zeigen. Und zwar haben wir hier die Suche für Bestellnummern oder Asins. Hier können wir direkt nach gewissen Bestellungen schauen. Ob dafür Rückgaben angemeldet sind von den Käufern. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu filtern und zu sortieren. Und wir haben hier die Möglichkeit, noch alles weitere anzuzeigen. Am besten macht ihr immer alles anzeigen. Dann habt ihr die genaue Übersicht, was hier los ist an Rückgaben. Dann haben wir hier die jeweiligen Rückgaben. Ihr seht hier, ich habe hier aus Datenschutzgründen mal die Namen und die Produkte ausgeblendet. Wir haben hier weitere Informationen wie Gefahrgutrückgabe. Seht ihr hier, in meinem Fall handelt es sich hier um Produkte mit Gefahrgut. Dann haben wir hier ein grünes Fältchen mit automatisch genehmigt. Das ist gut, wenn das so passiert und ich kann euch gleich zeigen, wie ihr das genauso für euch umsetzen könnt. Und wir haben noch die Information, Rücksendeetikett oder Etikett erforderlich. So, in diesem Fall müsstet ihr dem Kunden ein Rücksendeetikett zur Verfügung stellen. Warum wird das angezeigt? Weil hier der Käufer das Ganze hier genau heute, wenn da vor 0 Tagen steht, dann hat er genau heute diese Rückgabe gestartet. Wir haben hier noch was anderes genehmigt am letzten Tag. Das bedeutet, er hat das gestern gemacht. Hier habt ihr zum Beispiel ein Beispiel, wo ein Kunde es vor drei Tagen genehmigt bekommen hat und hier steht schon mal kein Etikett erforderlich. Das heißt, ab einem gewissen Zeitraum wird das Etikett erforderlich nicht mehr angezeigt und somit habt ihr hier nicht mehr die Pflicht, ein Etikett zur Verfügung zu stellen. Denn der Kunde bekommt ein Etikett durch die automatische Genehmigung. Welche Optionen stehen hier noch zur Verfügung? Wir haben hier den Namen, wir können direkt den Kommunikationsverlauf uns anzeigen lassen in den Nachrichten. Wir haben hier aber auch die Bestellnummer oben eingeblendet und wir haben hier gewisse Auswahlen, die wir treffen können. So, und zwar Genehmigung bearbeiten. Diese wurde ja schon automatisch genehmigt durch mich, weil ich das Ganze automatisiert habe, was wir uns gleich anschauen hier bei den Rücksendungseinstellungen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, den Beitrag zu erstatten, würde ich nur machen, wenn ihr die Rücksendung bereits bekommen habt und überprüft habt. Die Rücksendung muss unbedingt tadellos sein. Natürlich müsst ihr hier drauf gucken, wie kulant ihr seid. In den meisten Fällen öffnen die Käufer die Produkte, machen sie auf, testen sie, falls die mit Gebrauchsspuren zurückgeschickt werden, würde ich diese Annahme bereits verweigern. Ihr könnt den Fall schließen, wenn ihr zum Beispiel mit dem Kunden irgendwas anderes kommuniziert habt, ihr habt einen Nachlass gegeben, dann schließt ihr diesen Fall ganz einfach. Und ihr könnt aber auch wieder mit dem Käufer Kontakt aufnehmen durch dieses Fältchen hier. So, gucken wir uns einmal an, wie wir Rücksendungseinstellungen festlegen können, um das Ganze hier automatisiert genehmigen zu lassen. Dazu klicke ich einmal auf Rücksendungseinstellungen. Bei den Rücksendungseinstellungen habt ihr hier dann die Möglichkeit, für den jeweiligen Marktplatz, also jeweiligen Kanal von Amazon, eine gewisse Rücksendebedingung festzulegen. Und ich beziehe mich hier jetzt einmal nur auf Deutschland, auf den deutschen Kanal. Und hier habt ihr nur eine Auswahl, in meinem Fall den Rechtlinien entsprechend Amazon. Und das werdet ihr egal wo finden. Dementsprechend habt ihr hier nur diese Auswahl. Des Weiteren, falls noch nicht geschehen, müsst ihr hier euch registrieren für eine von Amazon vorfrankierte Rücksendeetiketten. So, dazu könnt ihr einmal auf Anmelden klicken, weil ich mich schon registriert habe. Mache ich das mal hier für den Marktplatz Türkei, wo ich noch nicht registriert bin. In diesem Fenster müsst ihr einmal die Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an den Transportdienstleistern bzw. für die vorfrankierte Rücksendeetiketten von Amazon bestätigen. Da klickt ihr einmal drauf und drückt auf OK. Dann sollte bei euch genauso das Ganze registriert erscheinen. So, des Weiteren habt ihr hier die Möglichkeit, die Art des Etiketts auszuwählen. Und zwar vorfrankiert durch Amazon. Das solltet ihr auch wählen. Es steht hier auch nur als Option. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit Rücksendung Genehmigung. Hier müsst ihr dann durch Amazon das Ganze einmal anklicken und ihr müsst hier dann die Etiketten für ausgenommene Artikel einmal vorfrankierung durch Verkäufe anklicken. So weit, so gut. Hier habt ihr noch die Möglichkeit Anweisungen für den Rücksendungstransport oder Warenrücksendungen festzulegen. Wenn ich mal da draufklicke, dann erscheint ein neues Fenster. Und in diesem Fenster habt ihr die Möglichkeit einen Text festzulegen. Hier könnt ihr diesen Text wählen. Ihr könnt ihn gerne von mir auch übernehmen, wenn ihr möchtet. Ich verwende den standardmäßig immer. Oder ihr könnt hier einfach mal irgendwas rauskopieren, was euch sinnvoll erscheint für eure Produktkategorie oder Produktgruppe. So, und das Ganze sendet ihr ab und habt somit das Ganze festgelegt. Und dann Einstellungen speichern. Wenn ihr die Einstellungen gespeichert habt, habt ihr dann wieder die Übersicht der Rücksendungen verwalten. Was bekommt der Kunde nun als Rücksendeetikett, wenn er einen Rücksendeantrag stellt? Folgendes Rücksendeetikett wird dem Kunden dann bei einer Rückgabe angezeigt. Diese bekommt ihr dann immer standardmäßig. Natürlich steht hier dann nicht Amazon Customer Returns, sondern hier steht dann eure Firmennamen, die ihr dann so festgelegt habt. Und ihr habt hier den Absender. Als Absender muss der Käufer selbst sich eintragen. Und die meisten Käufer glauben, dass dieser Strichcode im Grunde genommen dann für die DHL gilt oder für irgendwelche andere Versanddienstleister. Der Käufer begibt sich dann zur DHL und die DHL in der Filiale sagt ihnen dann, nee, sie müssen hier ausreichend frankieren. Genau was hier oben drauf steht. Das bedeutet, in diesem Fall trägt der Käufer hier seine Absenderadresse ein. Eure steht da schon. Und er muss natürlich für die Rücksendung hier aufkommen. Viele Kunden machen das auch so, dass sie dann für die Rücksendekosten aufkommen. Wobei es rechtlich und Richtlinien gesehen von Amazon so ist, dass ihr als Verkäufer ab einem Warenwert von 40 Euro dafür verpflichtet seid, die Rücksendekosten zu tragen. Auch wenn der Käufer hier, wie hier beschrieben, gefällt nicht als Grund nimmt oder hat einen besseren Preis gefunden oder wie auch immer. Immer muss der Verkäufer hier den Preis tragen. Aber durch dieses Rücksendetikett und diesen Prozess der Rücksendungseinstellungen, die ich euch gezeigt habe, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze teilweise zu umgehen. Und dann schickt der Käufer es zurück. Manche Käufer bestehen dennoch darauf, dass die sagen, ich möchte meine Rücksendekosten erstattet haben. In dem Fall solltet ihr das auch tun, um hier irgendwelche A-Z-Garantieansprüche zu umgehen. Oder es gibt auch Käufer, die strikt sagen, ich brauche ein gültiges Rücksendetikett, stellen Sie mir eins aus. Das könnt ihr dann auch machen, indem ihr hier auf Genehmigung bearbeiten klickt. Und bei der Genehmigung bearbeiten habt ihr folgende Übersicht. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, dann die Rücksendegenehmigungsnummer auszustellen durch euch oder durch Amazon. Lasst das ruhig auch durch Amazon machen. Das ist nämlich die Nummer, die hier angezeigt wird. Des Weiteren habt ihr hier die Möglichkeit, euer Rücksendetikett als PDF, als JPEG-PNG-Datei hochzuladen. Und zwar habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Versanddienstleister auszuwählen. Das ist vielleicht DHL oder ein anderer in eurem Fall. Die Sendungsnummer müsst ihr eintragen. Und ihr müsst unbedingt hier die Summe 0 für Rücksendekosten eintragen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Text festzulegen, den ich euch ja bereits gezeigt habe. In den anderen Rücksendungseinstellungen. Und dann speichert ihr das Ganze und dann wird dem Kunden ein vorfrankiertes Rücksendetikett zur Verfügung gestellt. Wo ihr ein Rücksendetikett bekommen könnt, das findet ihr in weiteren Videos. Und zwar habe ich schon mal Videos zu DHL-Vertragskunden gemacht und auch zu Hermes-Vertragskunden. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox, wie immer. So weit zu den Rückgaben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls du Fragen hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten Daumen hoch. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg und viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen.